Das ist was anderes, so. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal zurückgehen. Das heißt also, wir kriegen da einen Überschuss an diesem embelleten Stahl, weil das ist genau mein Ziel jetzt. Wir haben die schweren Rahmen auch in Überproduktion gespeichert dort. So, jetzt können wir getrost... Achso, wir gucken, was die Computer jetzt machen. Da müsste doch eigentlich alles laufen. Ja, bis auf die Platine mal wieder. Ich hasse Platinen. Wo kommen die denn her? Ich weiß es gerade nicht. Daher. Das ist also hier. Was fehlt hier? Nichts. Das Ding arbeitet voll. Er macht halt eben nur einfach zu wenig Platinen. Dann gucken wir mal, wie viele Computer wir jetzt haben. Für Computer nicht schlecht. Und das ist ja gerade eben erst passiert. Ich meine, während ich nicht aufnehme und das Ding nicht läuft... So, da haben wir da genug. Was käme denn da hin? Oh. Oh, was ist das denn? Ja, kleinen Moment mal. Das sind... Schrauben. Äh. Achso, das wird aber abgearbeitet. Das ist schlecht. Die Schraubenproduktion muss ja noch da hin. Und ich weiß nicht, ob wir da nochmal ein Dings dran kriegen. So, wie ist denn das jetzt mit dem Plastik? Okay. Und hier? Ja, ja, geht. Läuft. Sollte erstmal ausreichen. Dann gehen wir mal zu den Zügen und gucken mal, ob da überhaupt noch alles geliefert wird. Ja, der kriegt weiterhin Kupfer, das er nicht braucht. Wow. Hört ihr diese tieffrequenten Bässe? Total geil. So. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist ein bisschen Kupfer. Und da ist wahrscheinlich unbegrenzt viel davon. Ist da hoch? So. Ah, ne, da hab ich... Äh, wir müssen... So, jetzt bin ich einfach mal gespannt. Okay. Wieso liefert der weder... Achso, ne, Quatsch hier. Der kriegt... ...das da. Aber der hat nichts dabei. So, lass mal gucken. Gerade mal Gummi. Okay. Wo genau ist das Problem? Da scheint irgendwas stecken zu bleiben. Ne, Gummi hatte der schon genug. Oh, schau... Das schau ich nicht mehr aus. Schade. Oh, jetzt macht der mich fertig mit diesen tieffrequenten Bässen. Ja, komm, da hoch. So, wir warten nochmal auf den. Und dann muss ich jetzt mal gucken. Dann müssen wir da nochmal ein bisschen optimieren, ne? Der produziert kein Gummi mehr, wahrscheinlich, weil uns da nochmal was fehlt. Das müssen wir uns angucken. Weil Plastik und Gummi wird halt schon sehr wichtig. Warten wir mal ein Momentchen. Und dann kümmern wir uns... Also da um die, ähm... Brauchen wir da vielleicht... Warten wir mal gucken, ganz kurz gucken. Was brauchen wir denn für... Wir haben noch alles dabei für mindestens mal eins. Außer Gummi. Aber Gummi sollten wir ja... Komm, wir schnappen uns ein bisschen Gummi. Na, ein Stag reicht ja. Gummi wird da zwar auch produziert, aber es wird ja momentan nicht geliefert, ne? Also schnappen wir uns... einen schnellen Stag. So. Machen wir das Gummi hier mal voll. Gut. So. Also müssen wir da irgendwas machen. Vielleicht müssen wir noch einen Treibstoffgenerator bauen. Ich bin ja jetzt nur noch am Optimieren und, ja... Und eigentlich wollte ich ja nur... ein bisschen Aluminium holen gehen. Ähm. Ja, er kommt wieder. Gut. Ich bin echt mal gespannt, woran es jetzt hapert. Aber ich vermute, dass es sich mit einem weiteren... Warte mal, haben wir von denen... Ah, 14. Das ist sehr wenig. Ach, egal. Wir werden sehen. Oder haben wir noch ein anderes? Warte mal. Äh, sortieren. Das geht nämlich. Wir haben wirklich nur 14 davon. Alles andere ist echt genug. Hm. Tja. Wo ist er? Komm her. Da ist er. Ja, nichts dabei. Gar nichts. Also der Transport funktioniert, aber... die Auslastung nicht. Das heißt also... Wir müssen was mit der Plastikkonstruktion machen. Guck, warum haben wir da hinten überhaupt keins? Das ist immer schlecht. So, während er das macht, gucke ich ganz schnell noch was. Ah, okay. Ist. Okay. Ja, so muss immer optimiert werden. Ich bin stolz auf meine Konsumtion. Wir müssen noch... ...Schrauben verbinden. Kabel, glaube ich, dann. Schrauben ist das kleinste Problem, weil wenn wir was haben, dann ist das schon Schrauben. Also im Prinzip läuft alles und wir haben im Moment noch genug und einen ausreichenden Vorrat an Plastik. Gummi brauchen wir ja nicht wirklich im Moment. Wird kommen, aber noch brauchen wir es nicht. Weil mir macht halt eben Angst, dass die Produktion von Gummi und Plastik jetzt aufgehört hat. So, lassen wir mal schauen. Äh, wir steigen hier aus. Ja. Nehmen wir ein bisschen Fahrt auf. Ja, Petro Krux ist da. Aber hier ist Leere. Absolute Leere. Weil da hinten noch wirklich nichts läuft, außer wahrscheinlich... Na. Kein Öl. Was macht der hier? Der macht das und... ...das macht er da draus und das ist voll und der kann nicht mehr. So. Das Ding hier... ...macht Öl. Aha. Ja, zu viel davon. Äh, so. Das geht da rein und der Rest geht... Ja, genau wie ich es gedacht habe. Da rein. Der baut Kraftstoff und das Ding ist voll. Ja. Das Ding ist auch voll. Die Dinger. Ja. Die, ja, die brauchen einfach nichts. So. Dann müssen wir was machen. So. So. Ich schaue es mir an. Und zwar... Jetzt machen wir es doch wieder. Wir machen das Ding autark, um den Strom hier einfach mal zu erhöhen. So, Bahnhof. Ich muss zum Bahnhof. Wie so oft in meinem Leben. So. Der Bahnhof liefert seinen Strom. Warte mal, läuft hier eigentlich noch alles? Ne, hier läuft ja nichts. Ist das voll gelaufen? Ich muss das voll gelaufen. Hey, warum machst du nichts? Was fehlt dir denn? Ja. Ah, er verbraucht es nicht. Gut. Geht es hierhin weiter? Der. Ja, genau. Wir brauchen keinen Aluminiumschrott mehr. Das ist der Grund für das Ganze. Der. Dem fehlt Kiesel... Wieso fehlt dem jetzt plötzlich Kieselsäure? Ähm. Was? Ne, ne. Hm? Ich breche. Mhm. So, Zug, du bleibst jetzt mal stehen. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ja, ja. Hallo. Bleib bitte mal da. Was ist der überhaupt? Na komm, ist doch geil. Ich bin so gut. Ich bin echt so klasse. Es war noch mehr verkehrt. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist Kupfer. Und hier ist das. Ja. Ja. So, wir haben hier, und da muss auch weiterhin Kupfer hin. Das passt. Das wird irgendwann mal ein bisschen... So, wir haben hier auch schon... So, gut. Das ist richtig. Da muss Kupfer hin. Da muss Kupfer hin. Aha. Und da ist jetzt aber das da drin. Ich hab's falsch gemacht. Hier. Mhm. Super. Ähm. So, schnell nochmal gucken. Also, wir haben hier nochmal Kupfer. Und das sollte nicht da rein. So, warte mal. Wir haben ja hier diese leeren Dinger. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was rein. Da kommt jetzt erstmal alles an Kupfer rein. So, lass mal schauen. Ganz kurz. So, wir fahren erst nochmal zurück. Ja, ich hab's doof gemacht. Ich hab einfach... No. 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 Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Ey, ah, fuck. Dann habe ich nochmal vergessen, wie das geht. Du bleibst jetzt hier stehen. Bleib stehen, bitte. Nein, 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 nein. Wo ist der Bahnhof? Komm, gib es mir. Äh, äh. Hallo? Wow. Wir hatten doch hier noch eine Kiste stehen, ne? Das ist aber kein Problem. Zack. Kupfer hier rein. So. Das ist jetzt doof. Alles nehmen. Wir haben doch diese... Ach, das ist das Ding, ne? Ist ja auch Quatsch. Erstmal. Ja, und wir haben... Ach gut, das macht ja nichts. So. So. Mm-hmm. Vielen Dank.